ja halli hallo liebe leute da sind wir wieder oder da bin ich wieder besser gesagt bei einem weiteren video von dark thunder mit einem spielbericht von der liga season 1 das spiel ist noch vom letzten jahr schande über mich da bin ich ein bisschen im verzug aber wir arbeiten daran dass für die nächste season die spiele dann auch ein bisschen schneller hier sind dann möchte ich gleich zu beginn weg noch ein paar dinge loswerden wenn euch etwas auffällt dem video das nicht so rund gelaufen ist oder dass ich übersehen habe dann schreibt es doch unten in die kommentare oder wenn ihr eine frage habt zu einer bestimmten stelle oder einem schiff oder was auch immer dürft ihr das auch gerne unten rein schreiben wir sind da froh um feedback oder ich bin besonders auch froh dann um feedback damit wir diese videos auch ein bisschen besser machen können weiter ist es so dass es ein zeitindex unterhalb in der beschreibung hat dieses videos der bringt euch direkt zum start des spiels und ihr könnt somit meine erklärung der listen etwas überspringen gut für alle anderen geht es jetzt hier gleich weiter mit den listen dann wechseln wir noch schnell den modus wunderbar also wir haben zwei imperialen liste die hier aufeinander treffen zur linken liste beziehungsweise zu beiden listen sei gesagt das war vor der punkte änderung diese liste wäre momentan nicht mehr ganz so legal aber das schauen wir uns jetzt gleich an was haben wir denn da wunderschönes wir haben darf weder und was kann denn der gute er kann als fähig pilotenfähigkeit wobs müssen wir da drauf bleiben nachdem du eine aktion durchgeführt hast darfst du ein macht ausgeben um eine aktion durchzuführen er hat drei macht das heißt er kann bis zu vier aktionen in einer runde durch rattern hat dann aber dafür keine macht mehr dann hat sein teil advanced noch der verbesserte ziel computer solange du einen primärwaffen angriff gegen einen verteidiger durchführst den du als ziel erfasst hast wirf einen zusätzlichen angriff würfen und ändere ein hit in ein krit ergebnis also das was in der version 1 noch als einzelne karte war ist hier direkt eingebaut in den teil advanced drin wichtig hier zu erwähnen eben darf weder kostet hier zum beispiel nur 75 punkte war aber vor der punkte änderung noch 70 punkte dann haben super natural reflexes oder übernatürliche reflexe drauf die haben auch ein bisschen eine punkte änderung gekriegt deshalb ist diese liste jetzt auch nicht mehr ganz so legal von den punkten her aber für diese für dieses spiel war natürlich alles soweit in ordnung da schauen wir gleich noch an das gilt nämlich nur für kleine schiffe bevor du aktiviert wirst darfst du eine macht ausgeben um eine fast roll oder schubaktion durchzuführen fall dann falls du eine aktion durchgeführt hast die nicht in der aktionsleiste ist erleide einen schaden bei weder heißt dass er hat die fast roll drauf er hat keinen schub drauf er könnte aber schub machen und einen schaden erleiden diese karte kostet neu jetzt 32 punkte auf weder denn es steigt mit der initiative an wir schauen kurz noch wie es war vor der punkte änderung da kostete übernatürliche reflexe nur zwölf punkte auf weder und das schenkt dann doch recht ein wenn man 20 punkte draufhauen wenn man dafür bei weder fünf punkte einbüßen und dann sind wir dann schnell mal bei diesem punkte überschuss jetzt weder fliegt aber nicht alleine er hat noch dabei geisel oder scourge kutu solange du einen angriff gegen einen verteidiger in deinem bulls ark durchführst wirf einen zusätzlichen angriffswürfel das klingt doch schon mal nett ein bisschen fassrolle und dann passt er schon und er hat eine passende ein passendes elitetalent nämlich solange du einen primär angriff durchführst falls der verteidiger in deinem bullseye ist darfst du ein angriffswürfel neu würfen eine fähigkeit die sich natürlich da gut zusammen spielen lässt da werde im selben moment triggern gut dann haben wir noch den molar mittel mit dabei bei weder habe ich noch nicht vergessen aber da kommen wir gleich zu molar mittel solange du einen angriff in angriffsreichweite 1 durchführst wirf einen zusätzlichen angriffswürfel also bei der tie fighter können wir bis zu drei angriffswürfel angreifen ähm das ist eine nette sache kann man immer gut gebrauchen bei weder habe ich das feuerkontrollsystem vergessen das übrigens auch um einen punkt günstiger geworden ist das heißt weder feuerkontrollsystem 6 punkt eingebüßt dafür gehen wir auf der anderen seite 20 punkte nach oben und schon haben wir 14 punkte mehr als er momentan mit der momentanen punkte verteilung ist was kann aber jetzt das feuerkontrollsystem solange du einen angriff durchführst falls du den verteidiger als ziel erfasst hast darfst du einen angriffswürfel neu werfen was du das tust kannst du während deines angriffs deine zielerfassung nicht ausgeben dass die zielerfassung bleibt kombiniert sich natürlich auch super mit dem verbesserten zielcomputer genau so heißt das ding und dann haben wir zum schluss noch ein teil reaper schnitter wie ihr auch immer nennen wollt und zwar der major fairmile der gute major solange du einen angriff durchführst falls der verteidiger keine grüne token hat darfst du deine leerseiten oder fokusergebnisse in ein treffer ergebnis drehen kann man sehr gut gebrauchen besonders wenn er als letztes schießt was mit dieser piloten initiative natürlich der fall sein dürfte und so vielleicht der gegner keine focus tokens oder ebay tokens mehr hat oder andere grüne tokens und er hat noch das adaptive querruder da mit eingebaut bevor du dein rad ausdeckst falls du nicht gestresst bist musst du ein weißes bang oder geradeaus manöver also bang da die leichte kurve machen entweder nach links oder nach rechts als manöver ausführen das heißt man kann bumpen das heißt man kann über steine fliegen all die schönen sachen kann man da machen der schnitter hat sonst nichts dabei und dann wären wir auch schon durch mit der linken liste und dann kommen wir noch zur rechten liste nicht sehr viel anders zum vorderen spiel also eigentlich genau dasselbe ich bin geflogen die sein marana solange du einen angriff durchführst darfst du ein krit ergebnis ausgeben falls du das tust teile dem verteidiger eine verdeckte schadenskarte zu dann negiere dein übrigen ergebnisse das heißt ein treffer unter den schildern durch und schon ist ein schiff beschädigt denn es hat eine schadenskarte verliert es nur schilder ist es nicht beschädigt dann haben wir treffsicherheit drauf solange du einen angriff durchführst falls der verteidiger in deinem bullseye ist darfst du ein hit ergebnis in ein krit ergebnis drehen natürlich auch wunderbar kombiniert damit wenn man den bullseye hat man eigentlich schon fast automatisch diese krit fähigkeit durchführen kann dann haben wir den gedeon der gedeon husk der als erstes davon profitiert wenn ein schiff beschädigt ist nämlich solange du einen angriff gegen einen beschädigten verteidiger durchführst wirf einen zusätzlichen angriffswürfel er hatte drauf dann jagdinstinkt kennen wir solange du einen primär waffenangriff durchführst falls der verteidiger in deinem bullseye ist darfst du einen angriffswürfel neu werfen dasselbe gilt dann für die nächsten drei tie fighter ebenfalls da haben wir nämlich noch den del mico solange ein befreundeter schiff in reichweite 0 bis 2 also er selber auch gegen einen beschädigten angreifer verteidigt darf der verteidiger einen verteidigungswürfel neu werfen ein bisschen defensiv power und dafür haben wir auch noch die eiden da drauf bevor du bevor ein befreundeter tai ln jäger weiter was auch immer in reichweite 0 bis 1 also auch sie selber ein oder mehr schaden erleiden würden darfst du eine ladung ausgeben falls du das tust verhindere jeden schaden so haben wir also defensiv eine abdeckung und offensiv auch eine kleine abdeckung mit diesem kleinen mini schwarm da und begleitet wird der mini schwarm bei mir vom mage für meilen den kennen wir wenn der gegner keine grünen tokens oder der verteidiger keinen grünen tokens mehr hat darf er eine leerseite oder fokus in ein treffer drehen hat das querruder drauf wo man das manöver machen muss bevor man ein manöver macht also das ein weißes bank oder geradeaus manöver bevor das eigentlich eingestellte manöver kommt wenn man nicht gestresst ist der gute major hat ebenfalls jagdinstinkt drauf das heißt den bullseye ein angreifer neu werfen dann haben wir den taktikoffizier drauf er macht das koordinieren weiß was vorher rot war bei dem guten major und dann haben wir noch den direkter krennic er gibt die zielerfassung hinzu und bevor die streitkräfte platziert werden ordnet dem den zustand optimiert der prototyp einem anderen befreundeten schiff zu die karte habe ich dem del mico gegeben und die besagt folgendes solange du einen primär angriff mit der vorderen arc gegen ein schiff durchführst das von einem befreundeten schiff mit der aufwertung direkter krennic als ziel erfasst ist darfst du ein hit crit oder fokusergebnis ausgeben falls du das tust wähle eine der folgenden optionen der verteidiger verliert einen schild oder der verteidiger tritt eine seiner verdeckten schadenskarten um also kurz erklärt der major macht eine zielerfassung auf sagen wir scourge dann kommt del mico und wenn del mico auf scourge schießt kann er ein treffer crit oder fokusergebnis ausgeben um ihm ein schild wegzumachen macht bei scourge jetzt nicht so viel sinn oder eine bereits erteilte schadenskarte umzudrehen das kann ein bisschen mehrwert tun und zu guter letzt haben wir noch ein verbesserter schild drauf der gibt einfach ein leben mehr kostet aber in anführungszeichen nur vier punkte und das kann man sich doch zwischendurch mal gönnen gut dann wollen wir jetzt nicht mehr allzu viel länger werden starten wir hier und starten wir da und dann sind wir auch schon hier drin ich muss den schwarzen runter hier leider weglassen da es ansonsten nicht so schön aussieht gucken wir noch mal schnell ja wir haben fast die hälfte der spielfläche nicht drauf ne nicht gerade die hälfte aber recht viel ok die initiative oder der erste spieler geht an die linke seite an den gegner von mir und ich bin rechts und da sind wir auch dann auch schon immer schön die kärtchen jetzt gerade so bei dieser aufstellung wir haben beide eher steinlastige hindernisse dabei für mich mit einem kleinen mini schwarm ein bisschen problematischer sage ich jetzt mal denn wenn ich mit den da drauf lande dann können die nicht schießen und da wären die trümmerteile natürlich ein bisschen besser aber das astroidenfeld ist ziemlich weit offen also sollte das durchmanöverieren da nicht unbedingt so ein großes problem sein ist natürlich die frage wo aufstellen er muss mit seinem major zuerst denn er ist der erste spieler und er hat pilotenwert 4 meine haben auch allesamt pilotenwert 4 er stellt da ziemlich genau in der ecke auf natürlich die frage will er da oben an der kante entlang vorbeiziehen ein bisschen eher in die mitte reinkommen oder nicht genau die magnetchen auf meinen tie fighter sehr praktisch in vielen situationen in ein paar auch ein bisschen mühsam ich versuche dann natürlich irgendwie so aufzustellen dass egal ob er nach in die mitte zieht oder rechts vorbeikommt und ich mit dem tie fighter da den major etwas bedrängen kann die aufstellung sollte sein dass ich in der vorderen reihe immer seien und geht in den hasskarbe und hinten dann delmico und aiden da kommt mein major so ein bisschen so gestellt dass er da zwischen den großen steinen also bei den ersten zwei entlang fliegen können da bei den zwillings steinen und dann bei dem anderen zwischendurch ohne dass ich etwas groß ändern muss mit dem querruder natürlich auch ein bisschen praktisch jetzt die beiden tie fighter mit piloten initiative 5 da kommt noch delmico beziehungsweise director krennic da drauf das ist also dell dann ist die obere aiden wird der versuch gewagt ein bisschen zu flankieren oder eben mein feuer aufteilen zu wollen wenn man das natürlich macht mit den zwei gruppierungen sagen ich mal zwei oder mehr gruppierungen erfährt man ziemlich schnell welches ist das primär ziel des gegners die erste runde hat gestartet genau meine sind da ein bisschen eher bei enger beieinander das macht es ein bisschen schwer für mich so herauszufinden okay worauf möchte er denn jetzt könnte man höchstens sagen das indiz liegt vielleicht daran dass der reaper da ganz oben ist und die tie fighter ein bisschen unten vielleicht möchte er dass ich den reaper anpeile und ich glaube jetzt so von der aufstellung her hätte ich jetzt das auch eher so erwartet wobei auch mein reaper mein major könnte ich zwischen den zwilling steinen reinziehen und sozusagen versuchen die die flanker ein bisschen zu schützen wenn dem ich mit den tie fighter mich relativ rasch seinem wärmeil nähere aber ja seine seine tie fighter haben die höhere initiative und je nachdem halt beide ein angeswürfen mehr wenn wenn der richtig geflogen wird und weiter darf natürlich auch nicht vergessen werden zwar nicht unbedingt der schnellste seit sagen wir er keinen schub mehr drauf haben kann aber es immer noch schnell der advanced ist schnell unterwegs er bleibt stehen kriegt stress also einfach ein bank zieht aber anscheinend an seiner kante entlang ich wollte da wahrscheinlich ein bisschen selber ihn versuchen zu locken und gedacht okay wir gehen da oben rum ich denke mal mit dem haupt gedanken um diesen stein kann ich noch relativ gut oben manövrieren zum beispiel in der nächsten runde zwei einmal über geradeaus und dann nochmal eins rein und dann sind wir ziemlich parallel und können dann hoch ziehen oder rein je nachdem haben wir zwischen dem trümmerteil und dem astroiden oben links genug platz falls man kein catern oder so rein machen müsste mein major geht geradeaus mit dem querruder und dürfte ähnlich schnell geradeaus gehen nochmal genau wollen wir da nicht zu sehr stressen die tie fighter könnten zwar in die nähe kommen machen sie jetzt aber nicht gut ja auch mit dem 5 grad aus das wäre wahrscheinlich nichts gewesen wir kennen ja alle die rule of eleven für die die es nicht kennen wenn man man stellt ja im range 1 auf und wenn das beide schiffe auf beiden seilen machen und die mehr oder weniger gerade darauf zu fliegen und eine gesamtdistanz von 11 zurückgelegt haben immer die base mit einrechnen also jetzt zum beispiel wader hat ein 1 grad ausgemacht das wären 2 und wenn man das beides zusammen zählt und auf 11 kommt dann ist man in range 3 und kann drauf losballern und jetzt mit den medium bases ist ein bisschen schwieriger geworden das ein bisschen abzurechnen oder im kopf zu haben da die eben nicht schon gerade 2 oder 1 sind sondern die sind dann eben anderthalb irgendwie und das macht ein bisschen kopfschmerzen vielleicht besonders wenn man den ganzen tag auf der arbeit war und dann am abend noch ein ligaspiel macht möchte man da nicht unbedingt noch groß drüber nachrechnen also ich bin mir ziemlich sicher dass ich mit meinen tiefightern da mit zwei grad ausmache könnte man vielleicht noch diskutieren bank anzusetzen vielleicht ein zweier bank und dann in der nächsten runde ein dreier bank und so um den stein herum zu fliegen könnte man ein bisschen vielleicht ein bisschen Zeit sparen ich weiß es nicht hauptsächlich wäre es dann noch einfacherer manöver in dem sinne der major wird bei mir wahrscheinlich einfach geradeaus weitergehen sein major dürfte auch einfach geradeaus gehen vielleicht der eine bank einfach drei grad aus stress weg und ist da schön in der mitte genau damit er dann mit all seinen kräften wahrscheinlich um das trümmerfeld herum angreifen möchte ich gehe sogar drei grad aus ok also ich denke er wollte wirklich mit dem mit seinem fair mile dann mich ein bisschen in die ecke hochlocken möglichst weit weg damit er dann Zeit hat alle seine schiffe so zu positionieren dass sie auf eines meiner schiffe konzentriert feuern können mal schauen wie lange ich jetzt dann bequem liege das dürfte drei grad aus sein genau schön die kamera drehen auch ich versuche da meine schiffe nicht irgendwie aufzuteilen jetzt kommt das fünf grad aus also dieser teil weiter hat jetzt ungefähr acht zurückgelegt das heißt wenn ich mindestens drei zurückgelegt hätte wenn wir jetzt garantiert in range 3 mir gerade wahrscheinlich überlegt ob eine fass rolle nicht schlecht wäre damit die kurve ein bisschen enger wird aber der innere möchte natürlich auch noch fliegen also hier vielleicht noch ein kleiner tipp wenn ihr so eine formation pflegt überlegt euch wirklich gut schon bevor ihr also wenn ihr die manöver einstellt und wisst ok ich möchte dann vielleicht eine fass rolle machen aber ihr wisst es noch nicht sicher fliegt trotzdem mit dem inneren schiff zuerst also wenn jetzt die fass rolle nach links gehen sollte oder nach oben besser gesagt dann seht ihr gleich passt das oder passt das nicht jetzt ist er mit dem unteren zuerst geflogen wenn er dann die fass rolle nach oben gemacht hätte wo er wahrscheinlich hin wollte wäre genau da gelandet wo der andere hinkommt und dann bammt da kann man machen muss man aber nicht daher immer schauen der innere zuerst auch beim schub der der dann die innere kurve machen sollte geht zuerst weil dann ist ja nichts im weg oder ist ja nicht im weg für alle anderen die dann in dieselbe richtung drehen ich hoffe das war irgendwie verständlich keine ahnung jetzt die frage meine teils werden ziemlich sicher eindrehen wahrscheinlich mit dem zweier turn also zwei hart seine wahrscheinlich jetzt die frage will er zwischen den zwillingsteinen durch oder will er angreifen also die direkte drauf zu dafür ist aber weiter ein bisschen weit weg um da irgendwie das unterstützung zu geben also er könnte ein dreier turn machen aber da ist nichts mit mit kämpfen sein wäre mal könnte zweier oder einer turn der einer wäre rot oder vielleicht mit dem querruder 1 bank richtung trümmerteil und dann nochmal das bank manöver machen hätte man ja auch eine 90 grad kurve hingekriegt mehr oder weniger schön ausgeführt und weder ist da halt ein bisschen abseits ja und da kommt meine bank und einer hart das gibt stress ist aber eigentlich auch eine schöne position hat so ziemlich meine ecke aus der ich da rausfliege schön im winkel nächste woche nächste runde kann einfach nur eins geradeaus fliegen hat immer noch alles schön im blickfeld und kann dann entscheiden welche richtung er da rumtuckern möchte das wäre jetzt runde 3 übrigens und ich mache da mit allen den einer turn nicht der zweier dann kann ich da diese seite entlang hochfliegen das querruder Asteroid verschoben und wir machen fancy flying S loop mit dem 1 gibt mir stress wir schauen jetzt da mit dem feuerwinkel schon mal in die richtige richtung einer turn rein zwischen trümmerteil und Asteroid also er möchte den kampf da in diesem leeren bereich zwischen trümmerteilen und drei Asteroiden forcieren muss jetzt natürlich dann ein bisschen gucken dass weiter in anführungszeichen rechtzeitig da ist da kommt der 3er turn vielleicht noch eine Fassrolle nach oben damit er da besser durch die Lücke passt aber eben erst dann wahrscheinlich in in der zweiten Wave erst mit dabei je nachdem wie schnell ich damit viermal rein dann also auch diese runde nicht sehr viel auf jetzt habe ich ein bisschen was nachsehen da meine tie fighter da jetzt ein stein noch ein bisschen im wege ist mit dem bang drehe ich zu wenig ein mit dem turn stehe ich mehr oder wieder direkt vor dem stein dann könnte noch eine Fassrolle versuchen der Major meine ich denke beide Major werden eins geradeaus fliegen ein bisschen Vor- und Nachteile wenn man das Spiel so jetzt ich meine das war im Dezember glaube ich also jetzt schon fast ein halbes Jahr her ähm da weiß man nicht mehr so wie was da genau passiert ich habe dann ein Protokoll geschrieben was auch schon eine Weile her also die frage mache ich den turn direkt von stein versuche fast zu rollen löse vielleicht die Formation auf meine wir mal ziemlich 1 grad aus seiner wahrscheinlich auch seine tie fighter vielleicht 3 2 oder 3 nach vorne ähm jetzt hätte er je nachdem gerade den Major schön im äh eben sein äh Bullseye ich weiß jetzt aber gerade nicht ob der Mauler der vordere ist oder der hintere wäre natürlich besser wenn er der vordere ist wird das wahrscheinlich auch sein und Vader wird wahrscheinlich ziemlich schnell dahinter her also wenn er 3 macht wird Vader sich eine 4 machen wenn er 4 geht mit einem äh mit den Ties wird er 5 machen müssen damit Vader vielleicht auch noch auf dasselbe Ziel schießen kann kommt natürlich immer drauf an wie schnell gehe ich rein aber ich denke weiter wird ein schneller machen als die beiden anderen guck mal da 1 grad aus nicht sonderlich überraschend wir möchten natürlich sein feuerwinkel schön da haben jetzt die frage wahrscheinlich nach der aktion wir koordinieren dann oder nimmt er selber den Fokus nimmt selber den Fokus ich weiß natürlich auch dass mein Major da äh bisschen fies dasteht 2 grad aus Fokus 2 grad aus also der Turn kommt erst später wahrscheinlich wahrscheinlich mit dem Gedanken dass ihm dieser Stein da ein bisschen blöd zu liegen kommt und so sollte es eigentlich mit dem Einer vielleicht schon aber garantiert mit dem 2er Turn reichen um den Stein herum vielleicht sogar ist der Einer sogar ein bisschen besser weil jetzt gerade der DTL Miko doch ein bisschen nah dasteht so mein Major dreht sich zu seinem Major macht auch einen Fokus damit der schon mal nicht seine Fähigkeit benutzen kann muss 2 grad aus von seinen Ties also er versucht mit seinen Ties meine Ties ähm vorzubereiten sah gerade aus vom Nächsten der sagt da auch eine Fassrolle an wenn er dann nach vorne geht sollte das da auch passen hätte vielleicht auch die mittlere Position gereicht aber wenn der vorderen nach vorne geht so den auch da kommt ein 3 grad aus und so sollte es eigentlich reichen Bündschuss von Vader er macht Zielerfassung die Macht aus für den Fokus und wir haben die erste Schussphase die tatsächlich in der tatsächlich geschossen wird vader hitblankblank die frage Zielerfassung ausgeben oder nur advanced Zielcomputer da kommt 3 hits dabei raus 2 blanks das macht dann 3 mal Schilde auf meinem Major ähm noch zu äh verbessern Zielcomputer soweit ich weiß wäre es möglich gewesen dass da vorne dürfte Scourge sein wäre es möglich gewesen dass der Vader vor dem neuen Rollen diesen Eintreffer in einen Krieg gedreht hätte und dann die Zielerfassung ausgibt das ist ein bisschen verwirrend da in Version 1 war ganz klar dass dann die Zielerfassung nicht ausgegeben werden darf wenn man das macht ähm in Version 2 darf man das auch machen wir haben Mauler greift Gideon an macht aber Fokus Blank das ist jetzt Gurch greift ebenfalls Gideon an passiert so weit auch nichts ein Treffer ein Ausweichen dann sein Major vor meinem Major dreht er den Fokus um genau gibt den Fokus aus ich mache ein Evade das heißt eine Hülle auf dem guten Major mein Major schießt zurück nutzt die Fähigkeit ein Ausweichen und zweimal Schilde auf seinem Major also wir haben zwei Schaden die ich verursacht habe und ich habe selber vier Schaden gefressen dann noch die Tie Fighter kurz geschaut das dürfte jetzt aber nicht reichen wenn man da ein bisschen unvorsichtig war ist man dann halt eben selber schuld wenn es dann halt nicht mehr reicht aber eben vorsichtiges Spiel ist es ist schwer je genauer man meistens die Manöver durchführen möchte desto mehr macht man Chaos so man hat eine riesen Bump Situation man nutzt Schablonen man nimmt Schiffe weg man will die wirklich top hinkriegen und weiß nicht was alles und dann beim Hinsetzen des letzten Schiffes alles durcheinander also ist nicht ganz einfach versucht man da ein bisschen vorsichtig umzugehen und ich sehe da gerade man kann da die Macht manipulieren wunderbar denn er hat jetzt eine Macht ausgegeben beziehungsweise jetzt wieder aufgeladen das war jetzt nötig aber war schön müssen wir uns merken müssen wir uns merken gut jetzt natürlich die Frage wie gehen wir da weiter meine Teile werden den Turn machen der eine oder der Zweier der Zweier könnte gefährlich werden für Delmico für die anderen eigentlich kein Problem jetzt hat er auch die Frage auf was ich fokussieren möchte mein Major fliegt nach seinem könnte versuchen den Platz von ihm einzunehmen zum Beispiel ich weiß jetzt gerade nicht ob ich das so gerade gedacht habe mit dem einer Bank zum Trümmerfeld hin und dann in die andere Richtung den S-Loop und dann sind wir fast an dieser Position an welcher sein Major steht und er selber könnte es versuchen ähnlich zu machen indem er eigentlich zweimal nach rechts den Querruder das Querruder Manöver macht und dann S-Loop aber da stehen halt einfach noch seine Ties oder geradeaus mit dem Querruder und dann der S-Loop vorausgesetzt er will das Feuer auf meinem Major drauf halten seine TIE Fighter sind ein bisschen das Rätsel sie könnten versuchen zwei geradeaus zu gehen um meine TIE Fighter zu nehmen oder eben einer oder zweier turn nach oben um meinen Major zusammen mit seinem Major irgendwie versuchen die ins Feuer zu kriegen und weiter würde dann wahrscheinlich so zwei geradeaus oder drei geradeaus machen schätze ich mal genau das mit der Macht aufladen ist noch so eine Sache fällt mir gerade ein ist so es ist eigentlich ein Automatismus und da muss aber jeder Spieler für sich entscheiden wie er das handhaben möchte wenn der Gegner das jetzt vergisst ich für mich finde und wenn ihr mich beim Spiel erwischt in dem ich mich nicht dran halte dann versuche mich daran zu erinnern dass ihr das hier gesagt habe versuche eigentlich solche automatischen Dinge die Macht lädt sich automatisch auf in dem Schrittpunkt mich daran zu halten dass ich das dem Gegner auch gebe wenn es ein bisschen später ist ich versuche auch meistens daran zu denken und den Gegner daran zu erinnern falls er es vergisst die Macht lädt sich dann übrigens noch auf gut da kommt das geradeaus vom lieben seinen Major und kein S-Loop er will typehörter bumpen lassen ist die Frage was macht er als Aktion ist natürlich jetzt auch schön schön da bei mir mehr oder weniger in den Feuerwinkeln macht glaube ich den Fokus genau viel mehr ist ja nicht oder ein Ausweichen wäre dann vielleicht auch noch hier ein Turn von ich vermute es ist Husk jetzt sehe ich dann natürlich okay die Gute Seilen wird da bumpen so da geht der da hin ja habe ich richtig in Erinnerung das habe ich dann nämlich gedacht ich kann da so ziemlich an der Position hin wo er war kriegt auch ihren Stress ich will jetzt nicht sagen dass es ein Trick ist aber es ist etwas das vielleicht hilft wenn ihr nicht genau wisst wo ihr hinfliegen sollt versucht die Position zu finden an der der Gegner war denn dort ist er garantiert nicht gerade wenn ihr Listen habt die vielleicht bump anfällig sind versucht das ein bisschen zu überlegen vielleicht funktioniert ja ich versuche mich zum Teil dran zu erinnern oder dran zu denken oder was auch immer genau und jetzt aber der Mikro habe ich wirklich versucht da den Fokus etwas genau hinzulegen ich weiß nicht ob ich das andere Spiel da schon protokolliert hatte oder nicht die die es nicht gesehen haben in der ersten Runde oder im ersten Spiel gab es da ja ein kleines Malheur sagen wir mal so auf jeden Fall habe ich da bisschen was ui genau da kommen da waren caternt glaube ich sogar noch jedenfalls erst nein beide wollten catern machen finde ich ein bisschen speziell da sein major da eigentlich im weg steht für das so viel grad auf 5 grad aus hätte ich vielleicht noch gedacht jetzt kommt eine Talon Roll die wir ich war in dem Abend auch nicht mehr ganz so die ist falsch rum das habe ich aber mit dem Spieler geklärt beziehungsweise wir haben das angeschaut und äh ich habe es voll nicht gerafft normalerweise wäre die Talon Roll wie eine Fassroll das heißt sein Vader würde jetzt eigentlich auf den Stein schauen oder zum Stein schauen und hätten Stress ähm ja und alles was jetzt kommt ist noch ein bisschen hm wir haben zwei Treffer auf meinem Major äh die es eigentlich nicht gegeben hätte ist aber soweit auch nicht ganz so wild wie gesagt ich war auch nicht ganz auf der Höhe an diesem Abend ähm aber eben die Terran Roll man beginnt wie beim normalen Manöver nur dass man auf der anderen Seite dann nicht äh wie der Nöppelchen ansetzt sondern wie bei der Fassrolle hat man die drei Positionen entweder Mitte ganz vorne oder ganz hinten äh die man dann ansetzt und sein Vader müsste jetzt eigentlich zum äh zum Asteroiden hingucken jetzt wird da gemessen wer ist im Bullseye wer ist im Range 1 von Molar aus Molar wird zuerst schießen zack wir haben Kritt Kritt Hit wir haben ein Ausweichen und wir geben Aiden aus das wäre auch noch nett wenn man da das auch noch irgendwie hin machen könnte und nicht nur bei der Macht aber Aiden jetzt für ein Hit und Crit weil das könnte der Tod eines TIE Fighters bedeuten wenn da ein Direct Hit drunter ist oder ähnlich mühsames gedöhnt besonders wenn jetzt noch ein Schuss von Geisel von Scourge her kommt wir haben zwei Hits 3 Roll und wir haben Fokus aber das bringt soweit nichts ich drehe den Fokus noch um und wir haben keinen Schaden auf Sion da kommt der Major ebenfalls auf Sion mit 3 Hits und 3 Ausweichen Sion überlebt da gerade sehr sehr wen überdurchschnittliche Würfel 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 und wir schießen zurück mit Sion ich gebe den Crit nicht aus da ich weiß er hat eh weniger und wir haben ein Fuel Leak auf dem Major meine Überlegung hier war halt eben ich muss einen Schaden durchkriegen er hat einen Würfel ich habe Hit Hit Crit also mindestens ein Schaden kommt durch und dann noch ein Crit dazu und der kann man sicherlich nützen dann Husk mit einem Würfel mehr macht brutal Hit 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 und haben wir ganz vergessen äh das gibt alles zusammen 7 Schaden wir haben noch das Fuel Leak das da gezogen wird und sein Major ist dahin und wir haben noch Aiden die da eine etwas hat macht aber 2 Blanks dann Fair Mile auf denselben genau kein grünen Token also kann ich da Crit Hit Hit machen einen weicht er aus wir haben Hit Crit und es ist ein Doppelschaden auf Scourge und das wollte ich ihm verhindern mit Aiden wir haben von Delmicron noch einen Schuss auf Vader er gibt Macht aus für ein Evade und verliert so einer seine beiden Schildern Macht ausgegeben und beziehungsweise Macht lädt sich wieder auf jetzt in dieser Phase also dass der Scourge vom Tisch weg ist ein bisschen Glück auf der einen Seite aber es zeigt wie gefährlich das Crit sind und für mich war es dann auch ein bisschen Bestätigung dass ich Aiden definitiv richtig gezündet habe als da Gideon hätte Hit Crit fressen sollen und wenn dabei der Doppelschaden drunter gewesen wäre wäre ein Schiff weniger und so habe ich eigentlich noch komplett unbeschädigte TIE Fighter und ein recht ramponierter Fair Mile den man da aber noch so als Blocker einsetzen kann oder der halt den ein oder anderen Schaden da noch durchbringen könnte Mauler hat jetzt das Problem dass er gestresst ist Stresslos werden ist mit dem 2 Grad 3 Grad und dem 2er Bank möglich Entschuldigung wie die dies gehört haben war es sehr unanständig aber dann ist nichts viel mit Schießen in dieser Runde hingegen sind meine TIEs noch stressfrei die Formation ist so oder so ein bisschen aufgebrochen Aiden wurde gezündet das heißt ich habe auch nicht mehr unbedingt das Bedürfnis meine TIE Fighter eng beieinander zu fliegen und vielleicht ein bisschen Zickzack Wirrwer zu machen K-Turns Hauptsache alle können möglichst auf dasselbe Ziel schießen Paar mit Aktion Paar ohne Aktion Sie haben ja immer noch Jagdinstinkt drauf das vielleicht noch gebrauchen können und der Major ist da immer noch so ein bisschen Weg oder kann im Weg stehen gerade da bei Vader der auch sein Stresslos werden will kann man vielleicht versuchen etwas zu blocken genau ich glaube mein gedanken ist hier jetzt vielleicht das zumindest sein Vader versucht eine Falle zu stellen ihm Schaden runter zu kriegen hier auch mit DELL mit DELL dasselbe zu machen da kommt noch keine Token mit und die beiden anderen da kommen 4 K-Turn kümmern sich mal um Mauler der da nicht viel machen kann außer er könnte drehen natürlich er hat ein Turn aber wenn er das tut würde meine mein Einderteil ihn vielleicht blockieren wenn er nach oben dreht wenn er nach unten dreht dann kann er sowieso nicht groß schießen mein Major versucht da eben ein bisschen zu blocken falls Vader sein Stresslos werden möchte nehmen ihn in die Zielerfassung mit dem Gedanken dass DELMICO falls Vader wirklich da wunderschön reinfliegt er das da von seiner Fähigkeit Gebrauch machen könnte um vielleicht mindestens ein Schild von Vader runter zu reißen eine Fassrolle um zu versuchen aus dem Bullseye raus zu kommen nimmt dafür aber keinen Fokus Vader ist geblockt so schön da her tuckeln alles wunderbar da die hintere Seite muss natürlich die Mittellinie von Vader muss auf der Mittellinie der Schablone bleiben keine Aktion für Vader aber er hat drei Macht wobei da eine glaube ich immer noch nicht umgedreht ist oder ist die? ein bisschen schwer zu sehen Vader kann schießen und das ist Gideon Husk macht zwei Blank also nicht mehr viel weiter Moloch kann auf nicht sehr viele schießen daher schießt Gideon Fokus Blank hat ihn aber nicht im da ist der Gideon das ist Aiden mit Hit Crit nach einer Aktion wird er ionisiert glaube ich habe ich da mir aufgeschrieben nach Aktion Ion oder war es noch Angriff ich glaube es ist noch Angriff Ion der Critter dann haben wir Sion den Fokus ausgibt um Vader ein bisschen unter Druck zu setzen Vader aber ähm ignoriert und dann haben wir Del Mico er gibt etwas aus um einfach ein Schild noch von Vader runter zu holen und Vader hatte da macht Gebrauch zwei Stück das heißt es lädt sich jetzt wieder nur einer auf aber er hatte da zwei Fokus und hat beide Fokus in ein Evade gedreht um die beiden Crits abzuwehren und ich habe meinen Fokus ausgegeben um ihm ein Schild zu nehmen da müssen wir jetzt vielleicht sagen müsste man im Regelbuch noch ein bisschen genauer nachschauen wann muss ich genau diese diesen wahrscheinlich vor dem Ergebnis neutralisieren müsste das wahrscheinlich passieren also hier auch nicht ganz sauber gespielt von meiner Seite her ähm ja kann man alles entschuldigen ist aber ist einfach Fakt der hätte da anders gespielt werden müssen da hätte ich zuerst sagen sollen bevor ihr überhaupt wirft gebe ich den aus oder nicht sorry das hätte jetzt nicht so echt geklingt aber es ist bisschen doof das ist mir gar nicht aufgefallen wo ich das Protokoll geschrieben habe aber das sind halt einfach Dinge die man wissen müsste oder wissen muss über seine Liste ähm gerade wenn man eben Turniere spielt oder wenn man da Liga spielt dass man nicht solche in Anführungszeichen peinliche Fehler äh hinfabriziert zwei geradeaus zwei geradeaus beide werden stresslos dürften vermutlich wenn ich den Molar weiter im Feuerwinkel habe oder wenn dann bumpt er da in den vorderen meiner Tiles der dreht dann nach oben falls wer da in die Richtung möchte der andere dürfte mit zwei grad ausgehen beziehungsweise der Major kommt hier zuerst zum Zug mit dem Querruder Bumpt aber Bumpt aber da weil der ziemlich quer steht dann kommt das Manöver und ich glaube ich setze ihn da noch auf den Stein setze ich den auf den Stein der Asti der skippt aber kein Treffer aber der Major wird nicht schießen diese Runde K-Turn so ein bisschen versuchen Vader bumpen zu lassen damit Vader keine Aktion hat vielleicht dann mal die Macht aufgebraucht ist was aber zu sagen ist die Zeit ist jetzt abgelaufen das heißt das ist die letzte Runde die da läuft Runde 7 Molar dreht ein und Bumpt dem in den vorderen hat ebenfalls keine Aktion und so versuche ich natürlich jetzt da den guten Molar zu töten da kommt Vader ich weiß jetzt gerade nicht mache macht er die Talon Roll nochmal Ne normales 3er Manöver kann also eine Zielerfassung nehmen und oder noch etwas mehr er macht glaube ich mal Fokus oder nehmt er die Zielerfassung dann auch die Frage auf wen er versucht wahrscheinlich äh den hinteren TIE Fighter da zu töten kommt eine Fassrolle ja ist ein bisschen spät ich hätte jetzt den oberen Versuch zu töten da dieser schießen kann da macht er 3 Hits macht eine zu eine Crit und das ist ein den er dabei schießt und wir haben ein Fokus Get Hit Crit und es ist das Fuel League das da gezogen worden ist ups das ist Aiden zack zack es gibt Punkte oder oder vielleicht ist auch der Gedanke dass da Mauler den Gideon töten könnte jetzt natürlich ist er in Range 1 oder nicht äh war Fokus blank also keine 3 Würfel hätte da wahrscheinlich auch anders gerult werden müssen denn eigentlich ist er in Range 1 gewesen einfach nicht im Feuerwinkel Range 1 dann Gideon macht einen Haufen Crit ne Crit Hit 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 da er ja beschädigt ist und Moeller ist zerstört ähm Vader hätte hier wahrscheinlich oben bleiben müssen und nicht da runterfassrollen und die Zielerfassung machen wir haben noch äh zwei Hits von Sion gehabt und zwei Evades von Vader und dann ist das Spiel so auch schon vorbei die Punkte stimmen soweit nicht ganz also was haben wir gelernt wichtige Punkte ähm die Listen kennen ich weiß das sage ich fast bei jedem zweiten Video dass ich kommentieren kennt eure Listen wisst was sie machen lernt in welcher Reihenfolge welche Aktion genau passieren ähm die Manöver kennen sicherlich auch sehr wichtig und dann hat er einfach auch Ziel priorisieren vielleicht noch ein bisschen also ich hätte jetzt da in der letzten Runde gesagt dann muss der obere Teil garantiert weg denn der kann auf Moeller schießen Moeller ist angeschlagen es war sogar Gideon Husk das heißt er kriegt einen Angriffswürfel mehr Er ist in Range 1 äh zwei Schaden Schaden müssen durchkommen und Vader hätte eigentlich die Macht gehabt wenn er zum Beispiel eben eine Zielerfassung genommen hätte auf Gideon Husk da vielleicht entweder den Fokus weg zu kriegen oder vielleicht Gideon Husk sogar komplett zu töten nichtsdestotrotz das Spiel ging dann nach damaligen Punktestand mit 52 zu 115 das ist erstaunlicherweise gleich viel denn ah genau ich weiß warum denn Vader hat keinen Schaden nicht genug Schaden erlitten um halbe Punkte zu geben ähm sonst wäre es ein bisschen anders gewesen genau nochmal die Erinnerung wenn euch noch sonst noch etwas ausgefallen ist das ich nicht bemerkt habe dann dürft ihr es gerne unten reinschreiben wenn ihr Fragen habt zu diesem Video oder zu anderen Videos dürft ihr das gerne reinschreiben und ja das wäre es dann soweit dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal